Was hast du jetzt gemacht? Erzähl mal. Ich habe auf der einen Seite da, Minuspol, das Kabel gekürzt, einen neuen Kabelschuh draufgeklemmt. Auf der Plusseite habe ich das rote Kabel gekürzt und habe die Sicherung zwischengesteckt. Okay. Und dann auch untergeschraubt. So, unter. Da habe ich den Kabelschuh so gelassen. Wenn du da mal rüberziehst. Da ist der Originalkabelschuh von dem Zigarettenanzünder drauf. Okay. Und hier habe ich einen anderen drauf gemacht. Gut, und dann machen wir das jetzt wieder zu. Jo. Das zeigen wir über Keimen, wie das geht. Das sollen wir beide selber rausfinden. Das ist ja nicht übertreiben, ne? Was, wie man das alles wieder einpackt, das zeigen wir nicht. Das weiß ich ja gar nicht, wie das eingepackt wird. Da gehen wir mal da hin. Das kommt voran links. Ja, da muss das Ding drauf liegen, bis da. So. 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 So.